hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren starcraft 2 hat das vom replay cast ich habe euch hier heute ein pvz und zwar mit deutscher beteiligung nämlich oben rechts der zack in blau das ist lambo julian brosig 19 jahre jung und frischgebackener esel meisterschafts champion also die ehemalige eps heißt er jetzt anders warum sie das unbenannt haben habe ich auch keine ahnung es hat von mir gerne weisen eps heißen können auf jeden fall ist de facto eps champion hat sich im finale 3 zu 2 gegen hero marine durchgesetzt und ja hat auch vor ein paar tagen den akon cup gewonnen zusammen mit tager er war der ersatz für stefano und ja definitiv starker deutscher zack ich würde sagen hinter tiolo definitiv der zweitstärkste und ja teammäßig ist lambo inzwischen dem team in welchen e-sports beigetreten das ist auch noch gar nicht so lange her das sind jetzt ein paar tage also das team wo unter anderem has der mit dabei ist das team wo auch quent dabei war vor ein paar spielen wer es gesehen hat und eröffnet hier mit einer hedge first also das greedy reopening aber auf der karte die ist so groß da kann man sich das auch gar nicht leisten sein gegner ist hier unten rechts der orangeneprotos nuka nuka beziehungsweise dieser account hat eine umbenennung erfahren der typ heißt jetzt muhammad ali und sein clan heißt jetzt nuka nuka der clan tag ist allerdings noch der gleiche und das bild ist doch mir nicht alles täuscht ist das bild doch haste könnte das haste und sein es würde es hin ergeben das typ ist noch nicht allzu alt das ist ein kasten geflüchtigt gegen von lambo gegen haste war allerdings ich kann es leider nicht bestätigen der nuka nuka account müssen muss sein mit ali account ist auf der leute moment dann inaktiv heißt ich kann nicht wirklich herausfinden wer das ist macht die sache eher schwierig im fall lambo man nimmt jetzt hier ein gas er hat eine gateway expansion gespielt holt sich jetzt auch sein gas hat den chor ein ganzes stück verzögert kommt jetzt erst da war es geht schon die ganze weile fertig bin für overlord mitten in der base sieht den ganzen spaß weiß also vorerst was sache ist hier drüben wird jetzt die hedge fertig da wird der pool fertig und wird es möglich zwei queens geben zwei queens sehr schön er meint erst mal gas ob es sich dann spielt holt oder einen schnellen lehrer das wird die zeit zeigen wenn wir bei protos kommt jetzt ein sellet helfen würde ich dann auch gleich mal direkt rüber marschieren in begleitung dann hinterher vom mothership chor um mal ein paar zack dinge zu forsen in den zack am dauerhaften drohnen zum hindern da kommt jetzt speed bei lambo und auf seite kommt wop geht heißt wop geht sogar noch vom mothership chor bis zum mothership chor wartet immer noch da kommt zuerst eine sentry ok will also doch erst den sicheren weg ging gut seine natural ist auch offen wie ein scheuntor beide bauen jetzt hier fleißig werker der zack ist momentan noch hinten das dronen aus zwei basen braucht eine weile bis es einsetzt aber meistens so ab 30 40 werker überholt der zack dann den protos im work account und sah dann auch ziemlich deutlich wenn er durchdrücken kann mit zehn rounds sind jetzt zwei länge draußen diese scouten jetzt mal ein bisschen auf der map rum lambo weiß wo sein gegner bereits ist weiß von dem schlechten wollen so halb er weiß von einem peil wer der wolle ist definitiv noch nicht dicht mothership chor eiert jetzt hier raus dient als scouting tool um zu gucken wann linge ankommen aber allerdings sieht man hier schon der drohend einfach krass durch zehn drones heißt er wird jetzt den protos ziemlich krassen wirken kann überholen sobald die alle mal geschlüpft sind sieht man jetzt das auf 34 ist zum ersten mal vorne und das wird nur größer werden über die zeit hier ist ein link der hat gescoutet ob eine schnelle dritte basis kommt also eine abartig schnelle dritte allerdings der mothership chor hat drauf geschossen und ihn verscheucht wollen ist jetzt dicht da kommt eine weitere sentry mit dazu und ja noch recht ruhiges spiel kann man so sagen dann gibt es von potos auch noch keine weitere tech auswahl da kommt jetzt macht die zwei weiteren gas kassiere und gates er sammelt dann aber doch mit viel gas ziemlich viel okay da kommt mal eine forge auf lambo seite entgegen kommt jetzt das einzelne text da kommt roach war da kommt der leer das heißt es wird auch möglich direkt roach speed angedrückt das timing geht ziemlich gut auf wenn der roach und fertig wird ist der leer auch sehr kurz und fertig und roach speed ja da kommt roach speed okay beide haben jetzt hier gut 40 worker lambo nimmt hier seine dritte da kommt sogar noch büro mit dazu okay heißt der brutus sollte sich schnellstmöglichen observer besorgen weil roaches und büro das endet meistens nicht gut in legacy of the world noch viel schlechter als in hard of the swamp brutus von unter nur sentries und auch nur gateways hatte von gateway push zu spielen so gateway all in mit plus eins oder plus zwei bisschen komische bio aber mal sehen was es bringt jeden fall da kommen jetzt schon die ersten roaches von labo ist eine dritte basis wird definitiv fertig werden die da kommt keine größten und da kommt eine doch schnell dritte mit kernen und weiteren gates aber das ist nur auf gateways und ja geht für units alleine reißen ist jetzt auch nicht so unbedingt gegen roaches klar force field hilft viel vor allem viel force field hilft gegen roaches und die roaches von labo warten jetzt direkt mal rüber die ab jetzt ergeben sich eigentlich auch gut mit samt dem angriff das so praktisch beim angriff auf den nexus beim poken wollen so ziemlich die upgrades durch sein also büro wird fertig clear constitution wird vermutlich auch fertig missile attacks lässt ein bisschen auf sich warten so schaut es jetzt mal die sache an finde ich auch in ersten salat kurze mal direkt die schilder weg da kommen jetzt drei vier fünf gute force field sagen wir jetzt direkt der büro sieht mir schon es ist keiner selber da heißt sobald seine roaches gedamaged werden wird es sie einfach und die regenerieren sie natürlich aber die hoch heißt der brutus muss sie aufpassen da geht es direkt da geht es drauf auf die erste sind die zeit der essentie fällt auch dann wird gut von den vorderen roaches er hat hier noch keine roach verloren hier geht es an den pfeilern hier hinten hat noch nicht doch er hat auch schon dass die dritte wasser da ist aber der will direkt in die netzschwelle rein da fällt jetzt direkt noch mal die sentry die roach hier gräbt sich noch mal schön an die dient auch ein bisschen das scouting tool da wird längst eine cannon fertig heißt da muss ich die roach büsten da kommt roach burro eigentlich hinter der die tunneling claws die tunnel tunnel klauen matische koer von oben kotzt jetzt hier auf die roaches runter allerdings das interessiert roaches recht wenig fotos hat inzwischen das 1 0 upgrade das erste attack upgrade auch ein stalker umsonst staupselig bis sie sehr ausschließlich sentries aber zwei stalker zwei salats und der resten sentries und mothership krank kommt allerdings von lambo weitere weitere roaches und ein hydrodon und da kommt auch plus zwei mit dazu heißt halt was gegen keine gateway army gut das wird hier blink und plus zwei und da kommt inzwischen auch eine robo mit observer allerdings blink plus zwei gegenheit war es ist auch nur nicht da braucht man eine gewisse kritische masse an stalker damit das funktioniert man sieht schon im supply ist lambo gute 40 freunde klar er hat roaches roaches plant ein supply ein bisschen auf da kommt jetzt eigentlich der brood roach move da ist eigentlich ein absorber da läuft jetzt direkt in die abi fliegt eine roach seit der roach wird auch laut kommt da nichts noch weg die regeneration schützt hier die roach die roaches sind jetzt hier nur hier oben hat er sich noch nicht komplett weggezogen hier unten gibt es zweite drauf mit ein paar roaches die roaches kosten hier einen stalker tot die kennen eigentlich und die stalker mit roten overcharge waren hier eine gute arbeit was verteidigen angeht hier muss sich lambo also zurückziehen während das die oben sind weiter behaupten roaches hier sind forcefields gelandet ok da wollte man mit den roaches drauf das ist hier ein bisschen eine schlechte position einfach hier ist ein bisschen aufgesplittet das sollte ich gucken dass die roaches in einem haufen verwischt damit forcefields schon auseinanderreißen kann aber das war eben das ist das wird gar nicht so einfach jetzt geht es neben roaches hier an den kragen wie ziehen sie jetzt hier zurück wenn es nicht drüben geht es mit der roach ist auf die dritte basis die kennen ist bereits gute zwei mehr mehrere stalker wird gut eingekytert da war den stalker nahezu gewonnen schottet da war den stalker gewonnen schottet nur ist der attack rhythmus ein bisschen auto oder sind nicht synchronisiert wenn wir drüben die roaches haben paar kleine einheiten geklärt ein bisschen der match jetzt sammelt sich lambo's roach force wieder er hat ein paar werke mitgenommen und bei ihm kommen jetzt halt was das zweite missler text wird auch demnächst fertig dass man halt das schon mitten der armee zusammen mit roaches und das wird jetzt von protos richtig schwierig zu halten das sind hauptsächlich centrisen paar stalker und das reißen hydras hat einfach auseinander der observer ist zwar da da kommen jetzt forcefields und die hydras ausgesperren die roaches können ja unten durch tauchen da wird auch seit der attack upgrade von protos wird gerade noch so fertig für dieses engagement mutig wenn lambo dann plus zwei hat wird darauf gehen mit seiner gesamten armee er ist auch de facto max hat hier noch ein overlord noch nicht gebaut ansonsten jetzt geht es über der dritte wieder auf dem wieder ein foto und overcharge er hätten war schon einfach doch wollen den protos out of position bringen der lässt sich ein bisschen rausziehen da kommt es direkt ein blick nach vorne er greift jetzt zwar hier die einheiten vorne ab jedoch hier hinten kommt der ganze schwarm hinterher und er pusht jetzt in die match wird da kommt auch heiter speed noch als upgrade hinterher doch steht jetzt nach oben mitten drin zwischen dritten zeiten und luka luka liebt einfach und das ist ein da hat es also das replay war anscheinend irgendwie von crypto er hat sich nicht hier ist eingeloggt auf dieses und spielt gerade hier als lambo weiter nicht sicher warum total banale heute noch umreißen nächstes auf jeden fall starke spiel von lambo hat den protos gut ausgespielt gut genau das gekontert was der protos alles so vor hatte ging schnell auf halt war es und protos hatte eben nur links locker wird plus zwei und davon auch nicht allzu viele hat man gut gemacht auch mit den upgrades oder deutsches sind eben ziemlich stark und man muss eben wissen sie gut einzusetzen so reißt ich ja eigentlich alles ich verstehe es nicht hat ja so ein spaß drin das spiel weiter zu spielen wenn ein spiel bereits abgeschlossen ist aber gut dann möchte ich mal gönnen das war es dann von diesem replay bedanke mich fürs zusehen hoffe ich sehe dann beim nächsten replay und er macht ja wie random movement okay das ende von dem replay ist höchst verwunderlich aber das sonst mal nicht weiter stören ich hoffe ich sehe dann beim nächsten replay am sonntag wird das dann sein macht's gut und ciao abonniere ich